Das ist unfassbar gut! Das ist nicht normal, Leute! Ich hab wirklich, ich war am Anfang echt, dachte ich so, was soll das? Warum denn ein Auto ohne Scheibe? Da kann ich ja gleich mich aufs Moped draufsetzen. Ich liebe dieses Auto! Das Problem ist, dass dieses Auto halt 1,7 Millionen Euro kostet und hier ganz viele Felswände sind. So, liebe Freunde des Gepflegten Motorsports, jetzt wird es sehr, sehr exklusiv. Und zwar nicht nur, was die Fahrzeuge anbetrifft, sondern auch den Modus. Denn ich bin der Einzige auf YouTube, der dieses Fahrzeug bis jetzt gefahren ist. Also, wir reden über den brandneuen McLaren 11er. Was ist das Besondere an diesem Auto? Natürlich, dass er keine Frontscheibe hat. Und dieses Tool hier vorne, was man da versteckt sieht, das wird dafür sorgen, dass die Haare von Mattes nachher noch genauso aussehen wie vorher. Eventuell! Es soll angeblich da vorne so eine Bubble entstehen, wo es einigermaßen still sein soll. Bin sehr gespannt, wie das dann tatsächlich in real ist. Das Fahrzeug ist natürlich, wie man das vom McLaren gewohnt, ist komplett aus Carbon. Und auch die Außenhaut ist komplett aus Carbon. Und das möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, einmal exklusiv an diesem Fahrzeug hier präsentieren. Denn das hier ist komplett aus Sichtcarbon. Ich hoffe, dass man es sieht. Es ist so ein ganz dunkles Grün, so ein Petrol. Und es sieht absolut abgefahren aus. Hier, das ist der wichtigste Supercar-Spotter von Monaco. Sorry, den Witz konnte ich mir nicht sparen. Also hier, überall Carbon Fiber. Carbon Fiber everywhere. Jetzt ist natürlich die große Frage, woher kommt dieser Name Elva eigentlich? Es ist aus den 60ern. Bruce McLaren hatte damals schon ein Auto, auch das werden wir jetzt kurz einblenden. Das hieß Elva. Und das war ein Auto, was für den Kundensport vorgesehen war. Und es hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit diesem Auto hier. Die Jungs und Mädels haben sich da ein bisschen daran orientiert. Und dementsprechend werden wir jetzt mal ein paar Bilder zusammenschneiden, wie das Fahrzeug aussieht. Und dann geht's los. Und dann geht's. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los, ne? Mit dem Carbon Gerät. Alter Schwede, die Tür. Die Tür hat maximal drei Kilo. So. Also, einmal anschnallen. Also ich habe für diesen Trip hier natürlich alles an Jacken mitgenommen, was ich so am Start habe. Aber wir starten jetzt mal so, wie man mit einem normalen Sportwagen startet. Das hier ist ein Teil. Das Lenkrad und diese Bubble hier. Es gibt zwei Bubbles. Also ich nenne es einfach Bubble. Das ist verstellbar. Kompletto. Und es hat natürlich, wie bei McLaren immer, eine aerodynamische Funktion, das hier. Denn es leitet die Luft hier runter. Und nicht hier hin. Damit du nicht so kalt kriegst. Wir fahren jetzt einfach los. Boah, kalt starten aus. Bis jetzt schon kalt. Gibt es hier ein Klima? Hat der Heizung? Hat er. So, Aero machen wir natürlich an. Oh, der fährt aber sehr vorsichtig los. Ciao. Ah ne, au revoir. Bonne nuit. A tout à l'heure. Also Heizung ist da. Ist krass. Das pustet hier richtig schön. Also normalerweise sind ja die Lüftungsdüsen eher so hier oben montiert. Und beim Elfer haben sie es hier unten hingepackt. Und es strahlt dich schön an. Mir ist sofort warm geworden. Alter, das ist unglaublich. Warum machen wir das eigentlich in Monaco? Natürlich, weil McLaren in Monaco sehr, sehr viele Formel 1 Rennen gewonnen hat. Und deswegen haben sie gesagt, komm, mach mal ein bisschen ein auf Heritage. Wir machen das Ganze in Monaco. Noch dazu haben hier so ein bisschen die Restaurants mittagsoffen. Das ist krass hier. Du wirst überall vorgelassen. Jeder lässt sich einfach fahren, weil jeder gucken will, wie du fährst. Alter, das ist krass. Also dieses AAMS, dieses aktive Aerodynamik Management System, funktioniert ab 45 Stundenkilometer. Ist jetzt gerade einmal hochgeklappt. Jetzt ist es wieder unten. Kannst du hier unten steuern, einfach willst du es oder willst du es nicht. Mit AAMS fährt das Fahrzeug 200 Stundenkilometer. Darüber macht es keinen Sinn mehr. Weil natürlich die Aerodynamik, die für die maximale Performance ausgelegt ist und designt ist, die funktioniert dann nicht mehr, wenn du da vorne so einen Hammer rausfährst. Und deswegen geht das ganze System nur bis 200 kmh, weil es darüber auch einfach keinen Sinn macht. Also wir werden jetzt heute nicht 200 kmh fahren, weil hier ist ja überall nur 90 kmh, glaube ich, auf der Landstraße. Aber ich schätze mal ganz schwer, dass über 150 kmh du einfach keinen Bock mehr hast. Da musst du dann mit Helm fahren. Und McLaren liefert natürlich einen passenden Helm. Und alle Motorradfahrer wissen das. Ab einer gewissen Geschwindigkeit wird dieser Helm Lift bekommen. Also er zieht nach oben und das fühlt sich dann so ein bisschen an, als wenn du stranguliert werden würdest. Und deswegen hat McLaren extra einen Helm entwickelt, zusammen mit Bell, der aerodynamisch ausbalanciert ist. Der hat hier unten einen kleinen Spoiler und hinten hat er auch nochmal einen. Und das sorgt dann dafür, dass das wirklich aerodynamisch auspositioniert ist und weder drückt noch nach oben zieht. Ja, mir geht's gut. Ich bin erfolgreich. Ich habe Geld ohne Ende und deswegen habe ich mir ein 1,7 Millionen Fahrzeug gekauft. Was man eigentlich nur bei Sonnenschein fahren kann. Stimmt aber nicht. Weil hier drin ist alles wasserdicht. Ich habe die gefragt, ob es da irgendwo so eine Wasserablassschraube gibt, falls ich das Fahrzeug mal stehen lasse und es anfängt zu regnen. Wo läuft das Wasser dann raus? Oder kann ich das irgendwie rausholen? Nein. Das ist ja ein Carbon-Chassis. Und deswegen gibt es da keine Ablassschraube, weil das würde natürlich die Stabilität des Carbon-Chassis kaputt machen. Und deswegen musst du, wenn du ihn stehen lässt und er läuft voll, musst du einfach wie früher im Boot, schwimmen mit so einer kleinen Schippe, das Wasser rausschippen. Also bei höheren Geschwindigkeiten ist natürlich die Gefahr groß, dass du irgendwie einen Stein ins Gesicht kriegst. Deswegen gibt es bei diesem Fahrzeug diese Brille dazu und die sieht folgendermaßen aus. Ist vom US-Militär entwickelt worden und ist tatsächlich kugelsicher. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist cool oder? Ist eher nicht so cool, ne? Wahrscheinlich. Die Idee hinter diesem Auto ist natürlich, dass du das purste, maximum mögliche Fahrerlebnis haben kannst. Ich ziehe diese Brille jetzt wieder aus, das nervt mich. Ähm, was es gibt auf dieser Welt. Und das bedeutet, du hast einen quasi 180 Grad, mehr als 180 Grad View. Und du glotzt und glotzt und glotzt und du wirst angeglotzt und angeglotzt und angeglotzt. Deswegen, das ist unfassbar, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Temperatur ist jetzt noch okay, aber ich merke schon, eigentlich möchte ich jetzt gerne meine Jacke anziehen. Das ist unglaublich. Ihr wisst ja, ich mag keine Cabrios, ne? Und ich habe auch gesagt, so, boah, was soll denn das? Das sieht auch nicht besonders gut aus, ganz ehrlich. Meine persönlich, ich meine, ich finde nicht, dass es besonders gut aussieht. Klar, die Anlehnung an den Elber aus den 60ern, das ist total schön. Und dann wird das Design auch schöner. Und ich muss auch sagen, dass er, als ich ihn dann wirklich in echt gesehen habe, dachte ich so, wow. Das ist echt ein anderer Schnack, das ist echt, das ist einfach anders. Das ist, also es ist, schön finde ich nicht, aber es sieht so extravagant und extraorbitant anders aus. Das ist brutal. Es ist so schön und ja, es ist, es macht Sinn, weil dieses Erlebnis zu haben, hier im Freien zu sitzen, ne? Im Freien, keine A-Säule, keine Scheibe, kein Dach, kein gar nichts. Nichts. Nada, niente. Rien. Das ist schon, das ist ein absolutes Erlebnis und das ist sensationell. Wirklich. Okay Leute, ich habe mich mal kurz hingestellt, wunderschöne Straße, man kann tatsächlich das Meer sehen, da unten der Hafen von Monaco. Es ist jetzt ehrlich gesagt zufällig, dass das tatsächlich hier zu sehen ist, weil ich habe einfach eine schöne Stelle gesucht, um mein neues Baby mal kurz von außen zu begehen. Also, es ist der leichteste McLaren, den es jemals für die Straße gab. 1.148 Kilogramm Leergewicht und das fahrfertige Gewicht sollte dann ungefähr 100 Kilo mehr sein, schätze ich jetzt mal. Und das bedeutet, dass dieses Fahrzeug da 100 Kilo leichter ist als ein Senna. Dementsprechend könnt ihr jetzt so ein bisschen einordnen, wie krass diese Hütte gehen muss, weil er hat 15 PS mehr und er wiegt aber 100 Kilo weniger. Und das Ganze ohne Scheibe und das Thema, was ich die ganze Zeit gesagt habe, dass man eben wirklich das viel purer mitkriegt und dass der Wind zusätzlich, das Pressen kommt einerseits davon, dass das Fahrzeug sich durch die Beschleunigung, die sich natürlich auch immer mehr erhöht, je schneller du fährst, dich in den Sitz presst. Und dann kommt aber der Wind dazu, der dich auch noch in den Sitz presst quasi, er presst dir ins Gesicht, auch wenn diese Bubble sehr, sehr gut funktioniert. Also, ich bin die ganze Zeit ohne Brille gefahren und das finde ich sensationell und das ist natürlich dann ein ganz, ganz pures Erlebnis. So, also, Aerodynamik Game McLaren. Ja, wie das aussieht da hinten, das Offene, das hatten wir beim 620 ja auch. Dann haben wir hier den Heckdiffusor und dann haben wir hier, ist auch neu, dass man da den Namen hinschreibt. Zwei Auspuffendrohre hier, zwei haben wir da, sieht mega aus, sieht einfach nur mega aus. Von oben das Auto, diese Linien bei dem Auto von hinten, besonders cool, finde ich ehrlich gesagt. Vorne, Aerodynamik, also Seite besser gesagt. Dann haben wir hier natürlich dieses EMS, das kann man leider im Stand nicht ausfahren. Und dann kommt hier Luft raus und da und dies und das. 130 Grad hier hoch und dann gibt es eben diese vielbesprochene Bubble. Also, ich finde das Auto ratten scharf. Das Konzept ist sensationell, es geht hundertprozentig auf. Ach, guck mal, jetzt fassen wir da einmal durch hier. Also, hier geht die Luft rein, da wird sie nochmal gelenkt für den Kühler. Auf der anderen Seite nochmal genau dasselbe. Und dann geht sie hier rein und da dann hoch. Und es ist, von den Kanälen her, die sind eher so geneigt. Und dann kommt das Brett hier noch raus. Ist richtig, ist richtig heftig. Spiegel natürlich auch, aerodynamisch. Ganz spezielle Felgen, Carbonbremse ist auch vom Senna. So, Schlüssel, ganz normal McLaren. Machen wir auf. Den gibt es hier, den zeige ich euch auch mal einmal. Das ist der Druckknopf für die Tür. Dann geht die Tür folgendermaßen auf. Man sieht das, wie schnell das geht. Daran sieht man, wie leicht die ist. Hier kommt Lüftung raus. Richtig schön warm, kommt direkt auf den Körper. Das ist der Türöffner, wenn du drinnen sitzt. Und dann sieht man hier halt schon ein bisschen Carbon. Nummer 0000000. Neue Sitze. Diese Bubble. Genau, das hier kennt jeder, der schon mal im McLaren gesessen ist. Und das ist eben neu, dass du die Bedienelemente für den Powertrain auf der einen Seite und für das Handling auf der anderen Seite hier hast. Nach oben drücken ist schärfer, nach unten drücken ist weicher und entspannter. Schaltwippen, Lenkrad kennen wir alles. Das ist der Spiegel nochmal, der kein Spiegel ist. So ein bisschen spiegelt er schon. Kofferraum ist hier. Das ist das sogenannte Trono. Da haben die Jungs mir ein Cover reingetan, falls es anfängt zu regnen. Da passt ein Helm rein und so ein GB-Schild noch und so. Ein Warndreieck. Also das ist jetzt nicht so klein, da passt ein großer Helm rein. Oder so eine mittelkleine Sporttasche. So, hier wird getankt. Und das ist halt auch krass, wie das hier alles in Carbon gehalten ist. Wie das alleine aussieht, Leute. Es gibt so viel zu entdecken an diesem Gerät, das ist Wahnsinn. Es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen, ihr macht mal alle Türen auf und wie das dann aussieht. So sieht es aus. Der Tour de France oder was? Im Carbon-Game ist McLaren natürlich schon eine absolute Macht, eine Wuchtbrumme. Ja. Nur hier bergauf geht auch gar nicht so langsam im Vergleich mal. Alter, wie stiert der denn hier hoch? Wieder Schelle. Also, wir waren stehen geblieben beim Tonneau. Carbon-Game ist wirklich, das sieht so super sexy aus. Das ist unfassbar. Hier ist Öl. Da drüben ist Wasser. Was ist das denn hier? Guck mal, ein Taichan. Ach so. Alles klar, Verbandskasten. Abschleppöse. Alles klar. Was ist? Akkuschlaf? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Herr und Frau. Hallo. 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 Monte Carlo? Ah ok. Avec Nico Rosberg? Nico Huckeberg? Non? Avec vous? Ok. Bonne couleur. Alors, j'ai fait une vidéo aussi. Cameragame, same, same. Ok. Have a good ride. Bye bye. Au revoir. Vollgas, vollgas, go, 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 go. Cacan Turbo S kann man auch machen. Was man auch machen kann, ist beide Türen auf und das ist natürlich schon normal. Hier, da sieht man übrigens, wie die Luft weitergeleitet wird. Pass auf. Die geht nämlich durch die Tür. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Also, die Luft geht hier vorne, wird sie aufgegriffen, geht an dieser Kante entlang, hier rein, in die Tür. Die Tür öffnet wie folgt, nämlich hier. So. Dann sehen wir hier diesen Kanal. Da geht die Luft durch. Und geht dann da rein. Alter. Und da ist auch noch mal ein kleiner Kühler versteckt. Ja. Also ich meine, das Ding ist natürlich, die Luft da vorne, denn normalerweise sind ja die Kühler da vorne. Und das Auto ist komplett zu, beziehungsweise wird alles genutzt, um diese AMS zu steuern. Also diese ganze Öffnung, da ist ein kleiner Kühler und da natürlich auch. Aber in der Mitte ist ja normalerweise ein riesengroßer Kühler. Der ist jetzt weg. Deswegen gibt es jetzt das Kühlgel mit dem Öffnungsschlitz da und auf der Seite. Und das sorgt dafür, dass da hinten die 815 PS ordentlich gekühlt werden. Also. Unglaubliches Auto, ganz ehrlich. Was ich natürlich noch machen wollte, die Jungs mit dem Taycan Turbo S sind auch noch mal da, um wahrscheinlich noch mal richtig zu gucken. Weil das ist natürlich ein absoluter Hingucker. Es wird ein Vollgas-Sammler-Auto werden. Und wir gucken uns jetzt einmal an, wie das aussieht. Und dann ist natürlich klar, dass jemand, der irgendwie Videos macht, über Autos in Monaco auch mal ganz kurz vorbeiguckt und so ein Mini-Drive-By-Review macht wahrscheinlich. Also. Wir fahren gleich weiter. Ich bin verknallt. Das ist unfassbar. Dieses Auto ist wirklich unglaublich, weil es einfach das Game nochmal komplett ändert. Und ich war am Anfang wirklich skeptisch und hab gedacht, Junge, was soll denn das? Ein offenes Auto ohne Frontscheibe? Morgen. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber es macht Sinn, weil es einfach nur super, super sexy ist und unglaublich viel Spaß macht. Es ist, du willst aus diesem Fahrzeug nicht mehr aussteigen. Ist unglaublich. Hätte ich niemals gedacht, aber es ist so. Also. Weiter fahren. Von diesen Fahrzeugen hier mit ohne Frontscheibe gibt es relativ wenige. Also du kannst hier entweder einen Ferrari Monza SP kaufen oder einen Renault Sport Spider, der wahrscheinlich für 25.000 Euro hergeht, in einem 1er, absoluten 1er Zustand. Einen Dallara gibt es natürlich auch noch. Kann man sich auch ohne Frontscheibe konfigurieren. Also es gibt so ein paar, ne? Aber eigentlich gibt es nur den einen Konkurrent und das ist der Ferrari Monza SP, der 810 PS hat. Also 5 PS weniger als der 11er. Und noch dazu wiegt der leider ein bisschen mehr. Weil der hier wiegt leer 1148, fahrfertig 1248, sag ich jetzt einfach mal so. Und der Monza geht bei 1500 Kilo los. Alter, das ist ein riesengroßer Unterschied. Es ist natürlich ungleich beeindruckender, 800 PS und diese Beschleunigung zu fühlen in einem Auto ohne Scheibe, weil der Unterschied ist nämlich in einem Auto mit Scheibe. Und wenn das Dach zu ist, merkst du einfach nur die Beschleunigung an deinem Körper. In diesem Auto merkst du die Beschleunigung an deinem Körper, du merkst die Geräusche und du kriegst die unmittelbare Veränderung des Winddrucks, der trotzdem natürlich trotz AMS da ist, den kriegst du mit. Also du beschleunigst und du merkst, das Ding drückt dich in den Sitz und der Wind drückt dich auch in den Sitz. Das ist Erlebnis hoch 5 oder hoch 9. Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Ihr habt mal in der Fresse gesehen, wie ich gerade ausgeflippt bin. Dieses AMS ist im Prinzip ein Frontspoiler. Der arbeitet ein bisschen seltsamer als andere Frontspoiler. Er wird auf 130 Grad angestellt und das sorgt dafür, dass die Luft, die da hinkommt, die denkt sich, ach du Schande, wir müssen weg. Und geht so krass hoch, dass es wirklich hier wie so eine Blase entsteht, die ein bisschen ruhigere Luft hat, als wenn ich das weg mache. Also wir gucken jetzt mal. Ich mach das während der Fahrt mal aus. Wir fahren 60. Und jetzt hast du hier wie auf dem Motorrad. Die Luft geht auch richtig schön rein bis zum Bauchnabel runter. Also das hier ist wie Cabrio fahren und wenn das Ding unten ist, dann ist es wie Motorrad fahren. Diese Lösung vorne mit dem Frontspoiler ist jetzt natürlich optisch nicht so das absolute Highlight. Aber die Leute von McLaren haben mir erklärt, dass sie versucht haben, das Ganze hier durchzuleiten. Und dann hier den Frontspoiler zu machen, dass es hier wirklich hoch schießt. Das Problem ist allerdings, dass natürlich da unten die Pedalbox ist, du hast die Lenkung und so weiter und so fort. Hier ist viel zu viel Alarm, weil natürlich hier der Fahrer sitzt, um hier auch noch so einen Luftkanal zu machen. Deswegen ist die Lösung jetzt so wie sie ist und ganz ehrlich, ich finde sie cool, weil sie funktioniert. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir schneller fahren. Funktioniert super. Funktioniert super. Super. Funktioniert super. Funktioniert! F***, ich verliere alles. Aber jetzt haben wir, ich weiß nicht, wir wirst'n mal in Slow-mo sehen. Wir haben gesehen. Die Mütze ist weggeflogen, der Handschuh ist weggeflogen, aber er kam wieder. Ja, es ist alles da, Leute. Junge, also hier ist so eine kleine Carpon-Box, da schmeiße ich das jetzt mal rein. Ist das gut, Leute? Ich liebe dieses Auto. Das ist ja unfassbar. Das ist unglaublich. Wirklich. Ich habe am Anfang echt gedacht, so, Mann, warum denn ein Auto ohne Frontscheibe? Warum? Warum ein Auto ohne Frontscheibe? Weil es verdammt nochmal geil ist, Leute. Du kriegst die Elemente, alles kriegst du mit. Man kann auch durch den Regen fahren. Dieses Ding da vorne schiebt auch den Regen weg. Also ab einer gewissen Geschwindigkeit halt, über 50 wahrscheinlich. Also, paar Eckdaten. 815 PS, 800 Newtonmeter Drehmoment. Es ist der Motor aus dem Senna. 2,8 Sekunden von 0 auf 100. 7,8 Sekunden von 0 auf 200. Höchstgeschwindigkeit, 327 Stundenkilometer. Das ist aber nur zu empfehlen mit einem Helm auf dem Kopf. Alles krass. Es funktioniert wie so ein kleiner Heckspoiler, der immer wieder aus- und einfährt. Ab einer gewissen Geschwindigkeit geht das da vorne rein und raus. Und drunter brauchst du es nicht. Und dann siehst du so ein Flanieren durch Monaco. Sieht sehr, sehr schön aus, das Auto. Und sobald du über 45 fährst, du merkst, der Wind wird viel stärker an der Stirn. Und dann kommt das Ding vorne raus. Ey, wie dieses Auto klingt, ne? Es klingt so Zubinenartig. Das ist so brutal gut. Er klingt, finde ich, für mich ganz anders als der 765 LT. Also ich sag mal so. Fuhrer geht es nicht. Junge, ich sag dir, es gibt nichts Geileres. Ach du Schande, ist das geil. Junge, gestern bin ich hier im 765er lang gefahren und hab mir ein Loch in den Bauch gefreut. Aber das hier ist 10.000 mal geiler. Das ist unfassbar gut. Das ist nicht normal, Leute. Ich hab wirklich, ich war am Anfang echt, dachte ich so. Was soll das? Warum denn ein Auto ohne Scheibe? Da kann ich ja gleich mich aufs Moped draufsetzen. Ich liebe vier Räder viel mehr als zwei. Aber du hast das gleiche Feeling wie auf dem Moped. Nur, dass du ohne Helm fahren darfst. Und dann diese 815 PS. Das ist nicht von dieser Welt. Wow, würde ich sagen, wenn das Auto zu wäre. Aber ich sag, Alter, wenn das Auto offen ist. Das ist unglaublich. Ist ein unglaublicher Gamechanger. Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte so, ja gut, dann fahren wir damit ein bisschen offen an der Côte d'Azur rum und so. Und dann geben wir den wieder ab, gehen noch schön lecker Mittagessen und dann fahren wir wieder nach Hause, ne? Aber ich möchte dieses Auto am aller, 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 allerliebsten nicht mehr abgeben. Es ist unglaublich cool. Unglaublich schön. Und es ist mir verdammt egal, wie kalt das ist und wie wenig die Sonne scheint. Gestern hatten wir perfekte Bedingungen für den Elber. Wir wollten eigentlich tauschen, aber es ging nicht, weil jemand anders mit dem gefahren ist. Deswegen fahre ich heute durch die Kälte mit schönen weißen Wolken am Himmel. Es ist komplett egal. Also das ist, es ist wahnsinnig krass. Schön. Das Blöde ist, dass McLaren nur 149 Stück davon baut. Ein absolutes Sammlerobjekt. Wobei man sagen muss, bei McLaren sind die Kunden noch mehr als bei anderen Marken so, dass sie wirklich mit ihren Autos fahren. Sie benutzen die Autos viel mehr als das andere Leute machen. Andere Marken, andere Kunden von Marken. Und das ist natürlich cool, weil das Auto in die Garage zu stellen und nicht damit zu fahren, wäre wirklich, wirklich vergeudet. Eine große Änderung gibt es, was die Bedienung angeht. Vor allen Dingen, was die dynamische Bedienung angeht. Was ich besonders gerne mag. Und das ist dieser Active Button hier in der Mitte. Den gibt es jetzt nicht mehr. Alles, was du jetzt verstellen kannst an Powertrain und Handling, liegt hier oben im Griffbereich des Fahrers. Perfekte Idee, Leute. Wirklich richtig coole Nummer. Also hier ist der Powertrain. Und hoch bedeutet immer hoch, also schärfer. Ich bin die ganze Zeit Powertrain-Komfort gefahren. Wir sind noch gar nicht im scharfen Modus unterwegs gewesen. Und hier drüben ist das Handling. Also alles, was Mode-Change unavailable. Sport. Okay, Sport geht. Ich brauche aber gar nicht Sport. Ich brauche Traktion. Also machen wir auf Komfort. Aber der Grip ist ganz gut, ehrlich gesagt. Das coole ist, dass dieses Ding komplett beweglich ist. Also das hier geht immer mit. Ich stelle es mal ganz runter jetzt. Da sieht man so ein bisschen, wie sich das bewegt. Und ich habe so immer, egal wie groß oder klein der Fahrer ist, hat er immer das Display perfekt direkt hinter dem Lenkrad im Griff. Und das ist einfach eine coole Idee. Und es sieht cool aus. Und es ist besonders. Junge, guckt euch das mal an. Was ist das bitte für ein Leben, Leute? Muss sein, oder? Junge, heute morgen der Kaltstart und jetzt dieses Fauchige. Hat der Flammen immer? Spuckst du Feuer? Nee. Macht er nicht. Ich bin der Einzige, der von McLaren eingeladen wurde, ein Video zu machen, Leute. Weltweit. Es gibt niemand anderen. Das ist das einzige Video, wo ein Journalist mit dem Elber fährt. Es gibt nur stehende Videos, Walkarounds und so weiter und so fort. Das hier ist das Fahrvideo, Leute. Und ich möchte McLaren nicht enttäuschen und ihnen sagen, Leute, ich habe den Elber da hinten in Turn 486 in diese Wand da rein gehämmert. Nein, das werde ich nicht tun. Was für eine unglaubliche Kulisse für ein unglaubliches Auto. Das Auto ist perfekt austariert. Gar nicht giftig. Das kündigt sich super an. Das waren die durchdrehenden Hinterräder. Kündigt sich super an. Macht total Spaß. Mega, absolut mega Hingucker zum Niederknien. Absolute Sensation. Es ist unfassbar, Leute. Ich bin da wirklich... So kann man natürlich auch fahren, ne? Wenn du nach einem Parkplatz suchst. Aber hier oben ist auch noch gut vom Wind her. Okay, jetzt fängt es an zu regnen. Das habe ich so nicht gebucht. Aber es ist ja perfekt jetzt. Jetzt können wir es mal testen, ab welcher Geschwindigkeit der Regen weg bleibt. Also ich fahre jetzt 80 kmh und jetzt ist der Regen nicht mehr da. 80 kmh, Leute. Wir gehen mal auf 70 kmh. Jetzt kriege ich wieder Regen ab. Jawohl, 80 kmh. Kein Regen mehr. Ich sehe sie kommen und ich sehe, wie sie wegfliegen. Das ist unfassbar. Also, Fahrverhalten bei Nässe. Du spürst, dass ganz langsam das Untersteuern sich ankündigt. Da ist es. Das Auto fährt so ein bisschen geradeaus. Das will nicht in die Kurve reinfahren. Und dann, wenn du nachreichst mit dem Gaspedal, dann kommt da quer, der Kollege. Alter, das ist ja... Da müssen wir ja fast mal das ESP ausmachen, ne? Klick. Lang. Confirm Selection. Jetzt habe ich das ESP, glaube ich, ausgemacht, ne? Das Problem ist, dass dieses Auto halt 1,7 Millionen Euro kostet und hier ganz viele Felswände sind. Das Auto ist super, super komfortabel. Mega. Aber er liegt trotzdem ultra gut. Also, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du irgendwie in so einem Teil gegen Ding unterwegs bist. Das Teil ist wirklich tight. Macht Bock. Liegt sauber. Schönes Übersteuern. Alter, schön ist das gut. 7 Grad. Und meine Hände werden jetzt auch nicht kalt, ne? Also eben auch mein Gesicht. Mütze ist gut. Mütze ist wichtig. Aber auch die Brille brauche ich nicht. Klar, wenn du jetzt auf die Autobahn gehst und fährst irgendwie eine lange Etappe, dann solltest du auf jeden Fall die Brille anziehen. Oder wenn du viel im Verkehr unterwegs bist, weil irgendeiner schmeißt jemand Steine hoch, dann brauchst du die Brille, weil sonst wirklich hast du irgendwann Augenprobleme, ganz sicher. Und das wäre einfach schlecht. Aber so, wenn du allein im Verkehr unterwegs bist, auf deiner persönlichen Lieblingsstraße, wo auch immer die liegen mag, dieses Auto wird dich zum glücklichsten Mann auf der Welt machen. Das ist unglaublich, wie anders das ist, mit diesem Auto zu fahren, weil eben du mit allen Elementen unterwegs bist. Hier riecht es jetzt gerade übrigens nach Zwiebeln. Irgendeine Mama macht jetzt hier gerade irgendwas mit Zwiebeln. Die kocht gerade. Und das rieche ich. Ich höre die Vögel zwitschern. Ich sehe die Menschen in Gänze. Ich sehe alles. Ich bekomme alles mit. Natürlich ist es auch ein unfassbarer Magnet und es ist einfach, das ist, du bist in der freien Natur und hast ein 815 PS Monster unterm Hintern, der unfassbar gut klingt, perfekt liegt, sensationell aussieht, ultra selten ist, ultra teuer ist. Aber es ist wirklich für mich eine riesengroße Überraschung und ein total 100.000% faszinierendes Auto. Und dann ist natürlich auch ohne Scheiben, kriegst du viel mehr Reflexionen vom Sound. Dieses Auto hört sich viel brutaler an als ein geschlossenes Auto. Der Klang. Was du auch spürst zu jeder Zeit, ist das Gewicht. Dieses Auto ist so unfassbar leicht. Es ist das leichteste Auto, was McLaren jemals gebaut hat. Das leichteste. Er ist nochmal 100 Kilo leichter als der McLaren Senna. 100 Kilo weniger als der Senna, Leute. Und das spürst du in jeder Phase. Das Auto bewegt sich. Bam, 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 bam. Es ist 7 Grad draußen. Wolkig. Jetzt stellt euch mal vor, wie ich abgehen würde, wenn es sonnig wäre. Ganz kurze Geschichte. Da ist es drauf. Also dieses Ding hier vorne. Ich muss die Kamera einmal wegnehmen. Dieses Teil da vorne. Das da. Das sieht ja aus wie ein Spiegel. Aber das ist kein Spiegel. Das spiegelt sich so ein bisschen. Seht ihr das? Es spiegelt sich so ein bisschen. Das ist kein Spiegel. Also das funktioniert nicht als Spiegel. Und dann habe ich so gefragt, warum ist das denn kein Spiegel so? Und dann haben sie irgendwie gesagt, da brauchst du für den amerikanischen Markt, musst du so ein Teil haben. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum habt ihr denn kein Spiegeling gemacht? Dann könnte ich wenigstens meiner Beifahrerin ins Gesicht gucken, wenn wir im Bikini zusammen zum Strand fahren. Dann haben die gesagt, ja, stimmt eigentlich. Aber du kannst den dann nehmen und den so einstellen, dass du den Bikini sehen kannst. Die McLaren Leute sind auch wirklich sehr, sehr humorvoll. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so was habe ich noch nicht gemacht. So ein Auto bin ich noch nicht gefahren. Klar, Dallara bin ich gefahren, aber der hatte glaube ich eine Frontscheibe, oder? Wie auch immer. Es ist halt, Dallara ist alles cool. Roughes Auto, mit dem Auto fährst du durch die Gegend und sagst, hör mal, ist egal mit was du kommst, ich bin eh immer schneller als du. Aber Elva ist natürlich das ganze McLaren Game on top. Diese Perfektion der Schaltung, der Motor mit 815 PS, natürlich diese unfassbare Optik, natürlich der Preis, die Exklusivität. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Nichts gar nicht! Die Rollen Obama ... Untertitelung des ZDF, 2020